So, da haben wir den Bauernhäsel. Ich hab was gefunden. Ah, Puppen hab ich gefunden. Hier oben ist eine zweite Puppe, wieder hinter diesem Kleiderwand. Das Zimmer vor der Treppe. Zeigst du dir keine Temperatur? Ist da drin oder was? Kann man irgendetwas Licht drauf dran da drin? Ja. Das ist der Speicher oben. 9 Grad Speicher. Am Speicher. Geister dummer drum. Ja. Ist jetzt keine Antwort auf der Geister. Ja. Was müssen wir abmachen? Salz. Geister ist auf jeden Fall in der Cool. Du hast keine Aktivitäten. Alles. Hab was zunte aufgestellt.... Einmal einfach zuzent. Dann gehst du in die andere... Spannung 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 Das war's für heute. Hast du unseren Sensor mitgebracht? Buch besteht leider nicht mehr Box besteht Box und Buch beides besteht Cool job bro Passt, da haben wir jetzt noch Gefrierer, Finger und EMF Interessant Ein EMF hab ich genau vor die Kamera platziert das heißt der Van Dude könnte da gucken Maree Was? Ich glaube alles nötig ich muss einmal zum Haus sein Salz und Räucherstäbchen noch Räucherstäbchen fällen noch Salz ist schon drin Aber nimm mit was du kannst Räucherstäbchen hab ich jetzt gerade bei mir Ja Appertion, Salz hab ich schon verteilt Joa, Sanity ist mein Fehl bei 50 Vamp bis 60 Aktivität ist auf Null Hat das geklappt mit Räucherstäbchen? Hat das geklappt mit Räucherstäbchen? Noch nicht Jetzt hat es funktioniert Jetzt hat es funktioniert und Geist Event auch Und Salz hat auch funktioniert Wir haben ziemlich alles Nur mehr Abbeweis Ja genau Halt mal Ausschau nach Orbs Orbs sind uninteressant Fingerabdrücke, Gefriertemperatur und EMF Fingerabdrücke, Gefriertemperatur und EMF Also EMF oder Fingerabdrücke, Gefriertemperatur war es definitiv nicht UV-Domben ist schon weich Knickstäbchen glaube ich auch Aufrecht 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 Zuerst aufrecht Dann ist er Kein Tag ist da Du bist jetzt einmal drauf gekommen Dass da keine Hunde dabei sind Normalerweise Also im Journal haben wir schon ein paar gute Fotos Noch dazu Also im Journal haben wir schon ein paar gute Fotos Am meisten gefallen wir die Interaktionen Am meisten gefallen wir die Interaktionen Wenn wir auf dem einen Püttel siehst du den Knochen Das Knochenpüttel schau da genau an Ich sehe keinen Knochen. Er ist bei mir das gleiche. Ja, der ist unter dem Teppich. Ah. Gehen wir noch mal nach Fingerabdrücken. Weil ich vermute, es sind die Fingerabdrücken. Die können auf Fensterschalter sein, alles mögliche. Da oben ist ziemlich shit wahrscheinlich. Das ist eine Mischung. Das ist eine Mischung. Ich habe alles gekriegt. Nice. Dann haben wir alles. Haben wir alle aufgekommen? Ja, haben wir alles. Wir haben immer ohne, oder? Kannst du das vierte Mal? Ja. GG easy. Ohne Tod, hm? Und ohne Haunting bitte. Also. Und viel Sanity ist bei 30. Muss langsam aufpassen. Ja, wir sind fertig. Alle eingeloggt? Ja. Positiv. Ja. Let's go. Speedrun. Dann. Neu Minuten. Vor allem. Welcome back. Ich möchte noch ein paar Jobs für dich vorbereiten. GG. Ja, das war jetzt echt ein leichter Run. Was hast du gesagt? Also, wie du gesagt, vor allem. Und dann hat's Spiel geladen. Da war dein Sound weg. Ich wollte nur sagen, dass quasi alle fünf Fotos eine Markierung dabei gehabt haben. Von der Kamera, die was ich gemacht habe. Ah, nice, ja. Quasi Interaktionen, hat alles gezählt. Hat alles gepasst, ja. Kein Wasted Pick. Oh, wo? Jetzt geh jetzt nochmal auf. Ins Gefängnis. Oh, wo? Oh, jetzt gehen die eigentlich ins Gefängnis, hm? Oh, wo? Oh, wo? Nassels. Ach, das Video ist so furchtbar. Dabei gefällt es dir ganz viel. Ja, komischerweise eh. Das ist irgendwie genau mein Humor. Ich hab bis heute noch nie Punch and Girls gespürt. Big set. Big set.